Hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben, hallo ihr Lieben. Es ist wieder Zeit fürs Abendessen machen, Madame haben wir gerade abgeholt vom Bahnhof, der Zug kam wieder mal zu spät. Ja, ich mache heute einen Puttenbraten und den habe ich jetzt schon in, ob ich den jetzt stehen, ah da, ich zeige es euch, in die Ciriaccio-Soße mariniert vor eineinhalb Stunden ungefähr habe ich es eingelegt und Salz und Pfeffer natürlich auch. Und jetzt werde ich den erstmal von allen Seiten anbraten und dann werde ich dazu Gemüse reingeben in den Bräter, das wird dann die Soße, also die Basis für die Soße und Christian und Isabelle schälen gerade Kartoffeln, es gibt Stampfkartoffeln und Erbsen und ich denke mal auch Salat dazu. So ist bis jetzt der Plan, ja, jetzt müssen wir gucken, was wir da draus machen. So, hier ist die Pfanne, ich gebe ein bisschen Öl rein. Und hier, ich habe heute ein Kleid an. Isabelle hat sich gerade gewundert, wieso hast du ein Kleid an? Also, wieso darf ich kein Kleid anziehen? Ja, an Gemüse nehmen wir wie immer Zwiebeln, die sind jetzt klein, deswegen habe ich zwei Stück, zwei Möhren und eine halbe Paprika. Mehr nehme ich jetzt nicht und natürlich Knoblauch. Alles andere kommt so als die Müsse. Ja, und ich habe alles schon geschält, außer Knoblauch. Jetzt will ich wieder Kunststückchen machen. Hier rein, zack, und ich bin begeistert, wie so ein Kind mit dem Spielzeug, ne? Und gebe ich das Fleisch rein in die Pfanne, also das ist offen feste Pfanne, ich muss nur noch keinen richtigen Deckel, das müssen wir gleich finden, der ist bestimmt in der Schublade. Ja, und dann klarte ich es erstmal und dann kommt alles in den Backofen. Ja, und da das alles in die Pfanne nachher püriert wird, schneide ich einfach nur in grobe Stücke alles und brate das ein bisschen mit an. Ja, und dann kommen wir schon mal die Zwiebel und Knoblauch mit dazu. Die dürfen auch ein kleines bisschen angraben und dann ja so in grobe Stücke die Möhren. Zack, und da wird wieder Soße gelandet. Ja, und die Paprika auch einfach mal so über den Brot schneiden. Und rein. Ach, da muss die Hände waschen, das Salz brennt jetzt. Ich habe mich vorhin gekissen. So sieht das gerade aus. Es wird eigentlich ein bisschen angebraten. Ich mache mal auf. Genau, und jetzt kommt einfach mal ein bisschen von der Soße nochmal dazu. Ein bisschen flüssig fällt erstmal, wie du hörst. Und das Ganze kommt einfach in den Backofen. Bis das Gemüse fertig ist, dann hole ich es raus, um Soße dann rauszumachen. Ja, fürs Erste war es das. Wenn es hier weiter geht, dann zeige ich es euch. So, ihr Lieben, ich habe jetzt gerade kurz Abzugshaube angehackt, weil, ja, Erbsen und Bohnen und wie immer ist mir was übergeschwappt. Die Erbsen, das... Ich war kurz draußen, also im Wohnzimmer und habe Wäsche aufgehängt. Und dann höre ich nur, pssst, alles schwimmt hier gerade. Ja, ich habe von gestern, gestern gab es Tomatensoße, ein bisschen Soße übrig. Also mache ich das jetzt einfach mit dabei. Mit dazu. Und werde das einfach zusammen pürieren. Ach, wisst ihr was, ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich hole erstmal das Fleisch raus. Zack. Und dann das ganze Gemüse in den Topf, wo die Tomatensoße drin ist. Und jetzt wieder das Fleisch zurück. Und das kommt erstmal wieder kurz in den Backofen. Dann kann ich mal weiter garen. So. Und jetzt wird das mal püriert. Also krachen wir. So, ich habe das noch nicht ganz püriert. Ich gebe jetzt einfach noch das, was mit dazu reinkommt. Also auf jeden Fall Schmand. Erstmal nur ein Löffel, das wird auch reichen. Und dann wieder Frischkäsekräuter. Und dann habe ich ihr gestern gezeigt, was ich gekauft habe. Wieder mal diese Creme zum Kochen. Und ein bisschen Wasser. Und püriere ich erstmal weiter. Und jetzt püriere ich erstmal, wie das schmeckt. Ja, auf jeden Fall brauchen wir noch Salz. Und püriere ich. Und ein bisschen Paprikapulver. Und ein kleines bisschen Dill. Und ich habe mich jetzt gegen Salat entschieden. Das Gemüse, was ich jetzt habe. Bohnen und Erbsen werden heute reichen. Wir hatten ja gestern das Salat. Und jetzt hole ich den Braten wieder raus. Und werde den hier aufs Brett packen. Komm. Und ich schneide ihn schon mal in Scheiben. Der ist ja wirklich schon ziemlich gut. Lange braucht er nicht mehr. Und jetzt packe ich das Fleisch wieder zurück. In den Topf. Und jetzt kommt die Soße einfach drüber. Und den Deckel wieder drauf. Und bis alles andere fertig ist, kommt der Braten wieder in den Ofen und darf noch ein bisschen in der Soße trotzen. Die Erbsen und Bohnen sind schon durch. Jetzt gucke ich, was die Kartoffeln sind. Nee, die sind noch nicht durch. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen warten. Bis alles andere auch fertig ist. Fertig. So sieht unser Essen aus. Ja, ist heute nichts Besonderes, nichts Spektakuläres. Einfach nur Puttenbraten mit Stampfkartoffeln und ein bisschen Gemüse dazu. Den Salat habe ich jetzt weggelassen. Ja, schnell eigentlich und einfach und lecker vor allem. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch, abonnieren. Wer mag, das kostet nichts. Und wenn ihr auf das Glöckchen klickt, dann verpasst ihr auch kein neues Video mehr von mir. Ja, bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss ihr Lieben.